Kurz vor dem Ausgang, aber wenn eigentlich den Punkt erreicht, der der Patient war für die Frau, es war ein Ausweich. Hier konnten die Loks, die Loks, so wie gesagt, und die wurden ausgetauscht werden, repariert werden, das war hier wirklich ganz wichtig. Hier sieht man wieder einen größeren Höhenverschicht von 88 Zentimeter. Und wir dürfen in den Druckleidigen einbeziehen, zwischen Mitte Oktober und Mitte April jeden Jahres, weil wir Winter manchmal Verjambul haben. Und diese Winterhäuser sind tatsächlich geschützt und dürfen nicht gestärkt werden. Deswegen die Führung von Mitte Oktober bis Mitte April jeden Jahres. Okay, das war jetzt gut. Gehen Sie gerne den Abwirkungen entgegen. Ja, ja. Zumindest mal ein Softball. Ja, ja. Mitglieds dazu bitte eh noch gut. Zumindest mal ein Softball. Zumindest mal ein Softball. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.